Da kommt die Flanke. Oh, er hat den Ball, aber viel Platz hat er da nicht. Den macht er ganz seriös ins leere Tor. Gefährlich, immer noch. Die Chance, die Riesenchance, aber was für ein Reflex. Super gehalten, das zeichnet den Mann aus, diese Ruhe. Kein Tor. Da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Jetzt könnte er flanken. Ja, gut gemacht, Flanke kommt. Und Tor, alles wieder offen. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Was für eine Parade. Riesenszene, ganz stark gemacht. Da hat der Torwart Glück, den hätte er wohl nicht bekommen. Und Tor, alles wieder offen. K genさん. Untertitelung des ZDF, 2020